Ja Also ich flieg' beim Heli, das hab' ich verstanden, aber wo droppe ich's nochmal? Also wo soll ich jetzt mit'n Heli hinfliehen? B Alter, wollt ihr uns alle nicht verarschen? Wie, das ist jetzt los? Nee Nein, ich hab' schon Lust zu. Du bist ne Shopper Oh, der geht Alpha Mach' den Transport Mach' den Transport weg Einen verabschied Lillbert, äh, wird geäklet, es geht runter Englisch ist aufgehört Hey, hey, nice Einen runter KTHP und der Troffer, nice Ich hab' noch einen Broward, neil ist Einen mehr runter, Broward, roll' Äh, Weasel bleibt oben beim Tankfond Ja Ja Ich glaub' der Gegner Lillbert, äh, single-seated auch, weil der spielt viel zu defensiv Der führt das, äh, ähm Für das zwei Leute drin sind Go, lass' push'n Lass' die erst mal was machen, oder? Oder die Tanks und sowas wegmachen Hier drei Leute neben uns, links Äh, an der Höhle Sind die in der Höhle da drin? Nee, oben T2-1 on Sale Der geht auf Alpha Hover Tank incoming Hover Tank neil da, da Einer ist da, zwei sind da rechts unter diesem Teil, was wir machen, wenn wir was auch immer alles ist Soll, da ist grad wieder meine eigene Rakete Three down, äh, three more, äh, eins Bravo Oh, ich bin hinter den, warte kurz, Wiese Äh, sehr Bravo, okay Kommt der Heli wieder? APC is an Alpha Nee, ich, ich hab Error, aber ich sag, wenn der Transport wiederkommt Wiese Error nicht geht Bist du von? Kann ich Oh, ich werd von Charlie erfasst Ja, we'll take Alpha Da kommt APC Äh, Trapo ab Trapo achtet Rapo hit Draw One bail One bail Two bail Two? An APC kommt Why, äh, directly hit? Two down One down APC down Good job Take Alpha Where is the spawn point? I don't know I don't know Nobody down Yes One spotted They took the hover tank from Charlie One down Chopper is down And they're on, bravo Two down The hover tank is up from Charlie Two guys grab Chopper I'm down I'm down Chopper E-Clar hit Overcraft tank coming To Alpha Fuck Fuck Tank hit I think he's still in the middle He's still in the middle He lost, bravo Didn't do Did you kill the one on Charlie? I think he's still in the middle On Charlie one One guy coming from Delta to Charlie I'm just holding the Alpha flag against Charlie I'm coming on Charlie Okay Go Flacker Is he upstairs or what? No he's downstairs He's squatted Okay Okay RPG 34 HP Come on LAB is coming to Alpha I'm down One little bit is up Ja dann spawn du mit das LAB dann Okay Wobei jetzt gehe ich vermutlich gleich eh down One more APC down One Infant 3 One more Disco tank Disco tank Nanananananana Wait for me Okay Ähm Min hast du Flares or ACM? Okay ACM Ich hab Flares Oh man meinst du supposed to hit him, what the fuck? Warte kurz Ja Das Dinger ist raus Warte ich reparier dich Was machst du denn? Ja lass doch mal machen 2 Infantries pushing Charlie No 3 LoL Ich hab nochmal men 3 Leute Charlie push 3-4 Mann Charlie push Auffassen Weil leider schon ein bisschen was Ja Also Lager auch etwas Wir heilen uns Bauen Ja das war kacka Ja das noch einmal nichts sagen Aber 10er kills wie gegen Dynatic Ja aufgenommen Next please Ja zu was nimmst nie auf Eta wie kommt Bekommen die wenigstens Bravo jetzt so 1 Infantries outside Charlie 1 Infantries outside Ja trotzdem ist die Bravo gekommen Charlie Ja ich bin still auf Bravo Vorkast Bravo Leute wir verlieren Charlie Okay Neo hat mich Go 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 Bar Ist er aufbast? Ja Infantries Ich bin gleich für Charlie Nein für Delta Sorry Der Scout ist da Ja 2.120 auf dem Scout 3 kommen Okay 2 Leute auf Charlie Hier reparieren Alter Oh lord Schade Oh lord Schade Ja Der ist auf Alpha oder? Bravo Backstab Ich versuch dich zu holen Bleib da wie so Charlie One spotted Bisschen weiter nach links drehen bitte Mister Okay egal Webhops der LV down Ich werd gepusht Ich hol euch die Hilfe Jop Nein man Alpha Tacho Ich hab Knife gone Verstabled Ja dann 2 Spawn Alpha Warte für mich in der Chopper Warte für mich Warte für mich Warte Warte Nein Nein 3 in von 3 Alpha Okay LV disabled Ja lass hier abfahren auf dem Berg LPC down Komm hier gleich über den Berg Oh alter Fahrt Schneemobil Schneemobil Eikler down Mobil down Helikopter Er ist links Helikopter 3 oder 4 Leute auf Charlie Kann ich ihn raus Lass versuchen wir den Helikopter zu holen 4 Leute auf Charlie Nein 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 Ich schaue ihn raus Ah Ah Infanterie auf der linken Seite Er ist unten Er ist unten Er ist unten Ja da ist einer Wir haben ihn Ja 1 auf der 2 auf der Helle 4 auf der Helle Run down Transport Trooper Coming 1 mehr down Eddie down Oh Ja Eddie 0-3 Too easy Nobody failed him Bravo Er war ganz im Ernst Wieso Bill burned wenn du dort Transport hast Ja Ja Hallo Scum Mr Ich habe Heatzicker dabei Ja Ja Ich habe leider lag Also zielen ist echt grad nicht können Lass mich mal versuchen Das Rock hat es vergessen hier in dem Schneerstrom Bravo Ja Ich habe nur auf der nächsten Flagge Wer da noch auf C drin ist, hat die Flagge nicht drauf Ja da ist noch ein Infanterie Ja deswegen ja Ich habe den einmal getroffen Keine Ahnung, ich sehe den nicht Er ist oben am Charlie Responder Ach da ist er Ach da ist er Ach da ist er Ach da ist auch der Transport Ist er down bei C? Ja 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 Atme auf mich Nur voll Jetzt werde ich mich nicht überfahren Ja Steig halt ein At least this map is better than the other from yesterday Ja Losing Delta Der ganze LRV finde Transport Trooper Pushing Charlie And little bird is following Einfach mal vier LEDs haben Ja Ich habe das von denen Ich habe das von denen Habt ihr ich repariere? Ja Ah Ah Trigger ist Delta Minimal 3 Will der mich irgendjemand seiner LRV abdrücken? Ja Das ist vorne bei mir Äh Twin ja Das ist von denen Why do they have T-Chop is up? Ah Min? Ja Transport? In the building Hey und was ist hier bei C? Okay Down Und that little bird is auch up Also sag Bescheid I drive on Delta now Down is glaube ich hinter uns Dort rechts Ja hier Dort Dort auch an den Äh Über uns vom Little Bird Ich glaube hier vom Little Bird Da Little Bird ist all over Charle Ähm Bravo sorry Yep Er schießt rars an uns Und er hat es verletzt Oh wie ist er Er ist auf Alpha Jetzt Ich kann nicht ihn sparen Charlie Little Bird Alpha Ich bin schon auf Delta Ich bin schon auf Delta Ich bin schon auf Delta Du bist da LRV in Charlie Und Disco Tank Disco Tank hit Hit auf den LAV Lass die erste Disco LAV hit Ich kann nur von Delta Ja Zwei Leute auf Delta Nein, nein, nein Da ist Infanter, Infanter Lass mal einen Infanter Ich glaube das ist besser Zwei Leute auf Delta Einer in Bravohaus Warum habt ihr den nicht gesehen? APC is pushing Alpha Ich kann nicht so sagen Ich hab's tausmal gesagt Da ist, das war APC Alpha APC, Alpha Head Head, Mobility Head 2 Leute in Bravo Jumped out Jumped out Running Bitte! L.A.B. bailed Ah, mein Gott Hier ist Almost down Ja Danke Who down? M.O.M.O.D. Das ist ein Hover Tank Ah, shit Das ist ein Hover Tank Ah, ein Alpha zwei Alpha Nein, nur ein Ich denke nur ein Ich habe den anderen auch Okay Kann der Transport vielleicht auf andere Flags sind sie auf diesen Flags Ja, sie haben zwei Leute auf dem Ja Ja APC, coming back to Charlie APC hit Oh APC hit APC hit Er ist vor den Berg APC hit Overfragend Schenk 1 Infant 3 1 Infant 3 2 Charlie Coming from outside Schenk ist 50 Versuch's mit C4 Wiesel Werf das C4 hier runter Mobility hit on APC Tank down 2 Infant 3 Charlie Okay, I'm alone, brother I will spawn on you I cannot spawn anywhere Hello Ah, war eine schlechte Idee, sorry Don't go on Delta Don't spawn on me Don't spawn on me Don't spawn on me Neo is coming Bravo Neo is coming Bravo Neo Leo Transport trooper Bravo Bailing Bailing Oh shoot APC nicht Also LOL I'm stuck to you out Are you kidding me, Gabe? Hover tank 10 HP Min Fliegst du wieder? Ja, ich bin wieder Okay Ezra rechts auf dem Berg Bei uns Und hier Ja, unten komme ich nicht ran Ist runter Könnt ihr wechseln für irgendwas gegen den Tank Is raw oder Trevlimit oder so We work left, he is coming From Delta Tank down Oh Charlie burn left side in Left LV, nehmen wir aus LV Ah, ja Okay LV on Bravo Oder ist noch ein Dingensis markiert Guys Hier Take the LV on Bravo Da ist er Bravo rein Bravo ist losin Oh Oh Overpass Spawn 1 in front 3 And Charlie still LV Go back to Bravo No, I want to take another flag I mean if they push Charlie now That means Like they are superior people on Charlie Oh come on At least 2 in front 3 Over with Charlie And the LV And 3 in front 3 Curse 1 is right behind us On the roof here 4 people on Charlie 4 people on Charlie Yeah, too many on Charlie 4 people plus APC on Charlie 4 people plus APC on Charlie Ah, fix the squads Yep 2nd is still there He is in the house Yep 2 for I will finish on my 2 are in the house Oh 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 my god Sorry, didn't see you Eh No Losing Delta Yeah Yeah That's not Yeah, no that's not Down 3 in the house Curse Or whoever is there Oh come on Oh come on They are directly under us in the house Yeah, I want to run down He is right He is right On the right side Captain What the hell APC down 3 guys Good job He is right On the right side Captain He is a little low Got 2 on Bravo 1 on Delta 2 on Delta 2 on Delta Maybe 3 on Delta Hi There is no tall Bye Going for our Bravo She is at the other side Guys prediction Spawn on me then I got one weapon I got one weapon Don't mince bad bad Disposal Go He ones coming in to me I am here Einer hat 27 Einer ist unter mir Ich habe ihn 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 Mobility hat Ich habe ihn Einer ist gespawnt Wurm Wahrscheinlich oben drauf Er ist aus Er kommt Ich kriege Locker Einer ist hier unten drin Ja Ich habe einen getroffen Der ist unter dem Unter der Wand Links Billy Von Bale Es sind zwei Zwei Charlie Drei sind hier Drei, vier Ich lasse die vier versauern Ja, ne, ne, sorry Ich lasse die versauern Ich lasse die versauern Geh und data Da sind vier oder fünf Leute auf Charlie Und der Rest ist auf Bravo Drei Ich bin etwa Ich lasse die versauern Noch einfacher, ob man kann Brauchst nicht fliegen Losing Alpha Drüben who, 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 who Was da Another Frau Jo Wo ist er? Da Ich brauche ein Spawn auf mich, ob es möglich ist. Kannst du auf mich auf Charlie gehen? Es ist ein empty L.A.V. neben mir, also ich brauche ein Spawn auf mich. Ich brauche meinen Squad auf Spawn. Okay, er weiß. Ja, hab ihn. L.A.V. auf Alpha. Healy down. 2 in front 3, bravo. Huchst du direkt vor uns? Ja, okay. Ähm, an diesen... Klitten. Transport, Healy ist ab. Wir haben Low. So, reparier erstmal weiter. Weg mal ein bisschen weg. Wir gehen für Delta. Okay, es ist 1 down Delta. Äh, war. Ja, und Delta, ready again. Wir enden dich. 40. Koi ist, Koi ist. Ja, er hat Wage. Er ist ab. Er ist ab. Über 3. Und... und... Na ja. Und wir sind still bravo hier. Ja. Auf der Hälfte. Wo ist sie? Wo ist sie. Auf der Delta? Bei Gehen, wieso.. Wir haben ihn... Ja, auf der Delta.. zieht ihn. Heißt... Ich will den Tankern pushen Kido down Kümme Was? Nee Lidlbids locken me Wenn der Flares brauchst sagt gescheitern Dann switchen wir Gottholder ist hinter dir Ach wirklich Ich wollte es hier nur gesagt haben Gottholder Ja, das funktioniert nicht Lidlbids 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 Wir brauchen die ganze Zeit irgendeinen mit einem Transport Chopper ab, der die Leute umher fliegt Ja Ja So viele Tickets geholt als wir da rum geflogen sind Wenn wir den Scout ab haben, dann brauchen wir eigentlich 2-8 Ja, umgekehrt Wenn wir den Transport haben, dann brauchen wir keinen Scout Okay, wir haben Charly Ja Boah, gleich rechts und links Fail Ja 49 Tickets geht eigentlich Ja, jetzt 200 und dann ist gut Ja Jetzt sehe ich, dass ich sie verbissen Ja 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 Ja